Schlaue Sachen. Ich möchte einen Hund, aber welchen? Ich möchte einen Hund, aber welchen? Da gibt es einige Fragen, die sich Hundehalter stellen sollten, die sich aber irgendwie nicht so wirklich selber stellen. Zuallererst sollte man nicht fragen, welchen Hund möchte ich, sondern nach dem Ausschlussprinzip gehen und fragen, welcher Hund passt zu mir. Ganz viele Rassen passen zu bestimmten Menschen einfach gar nicht. So ist es. Und wenn ich eben nach dem Ausschlussprinzip gehe, kann ich, wenn ich weiß, was ich möchte, eben die Rassen ausschließen, die da so gar nicht reinpassen, mit denen ich grundsätzlich eher nicht so glücklich werden würde. Und der Hund dann eben auch nicht bei mir. Wenn ich jemand bin, der gerade eine frisch eingerichtete Wohnung in Weiß hat, ein Auto mit weißen oder hellen Sitzen, der eigentlich alles gerne sauber hat, der holt sich am besten keinen Labrador. Wenn ich jemand bin, der super gerne mit dem Hund irgendwie arbeiten möchte, in den Hundesport gehen möchte, dann hole ich mir nicht zwingend einen Herdenschutzhund. Wenn ich aber eher so eine entspannte Geschichte haben möchte, dann hole ich mir nicht zwingend den Jack Russell oder einen Aussie oder einen Border, sondern dann hole ich mir etwas, was nachdem er ausgewachsen ist, doch relativ schnell in so eine entspannte Phase geht. Das heißt, zuallererst sollten die Hundehalter sich selber fragen, was möchte ich denn überhaupt mit meinem Hund machen? Wo kann ich denn überhaupt die Ansprüche, die der Hund hat, bedienen? Und welche möchte ich auf gar keinen Fall bedienen? Ich habe schon Hundehalter gesehen, die standen am Wasser mit ihrem Ridgeback und haben gesagt, mein Hund geht gar nicht ins Wasser und ich würde so gerne das haben, dass er ins Wasser geht. Naja, Ridgeback ist da nicht besonders prädestiniert für Arbeit am und im Wasser. Da wäre der Labi besser gewesen. Dementsprechend sollte man zuallererst schauen, was passt überhaupt in mein Leben. Die allerwenigsten Hundehalter sind nämlich in der Lage oder auch Willens, und das ist auch vollkommen in Ordnung, zu sagen, ich baue mein komplettes Leben um, damit der Hund da reinpasst. Das sind Menschen mit Hund. Die, die ihr Leben um den Hund rumbauen, das sind Hundemenschen. Es ist nicht schlimm, wenn man Mensch mit Hund ist und kein Hundemensch. Aber man muss eben ehrlich zu sich selber sein. Und bevor man da nicht ehrlich ist, so lange wird es schwierig, den richtigen Hund zu finden. Man kann Glück haben, aber sehr viele Leute, die man draußen so trifft, die hatten eben nicht so Glück. Das heißt eben, man sollte sich die Rassen, die für einen erstmal aufploppen und sagt, ich möchte unbedingt einen Akita, dann sollte man sich überlegen, was will denn diese Akita? Was kann ich dem Akita bieten? Oder wenn jemand sagt, ich möchte einen Dackel. Möchte ich denn einen Dackel? Oder ist das einfach nur, weil der so klein und niedlich ist? Oder brauche ich einen Hund oder möchte ich einen Hund, der gerne draußen rumrennt, weil ich selber sehr aktiv bin und selber super sportlich bin und dementsprechend mit dem Hund gerne draußen was machen möchte? Sagen wir es mal so. Jemand, der einen gewissen Lebensstandard hat, mit dem, wo er sich möglicherweise nicht besonders viel bewegt, für den ist jetzt ein super aktiver Hund nicht die beste Entscheidung. Die allerwenigsten Menschen werden anfangen, plötzlich super sportlich zu werden, super aktiv zu werden. Ganz im Gegenteil, der Hund wird weniger sportlich, weniger aktiv, weil der Mensch einfach dann faul ist. Das ist grundsätzlich nicht schlimm, faul zu sein. Aber dann muss man sich den passenden Hund holen. Vielleicht einen alten oder einen erwachsenen Hund, der eben möglicherweise gar nicht diese Strecken und diese Aktivität braucht, wie zum Beispiel ein junger Hund. Wenn ich aber zum Beispiel gerade meine Ausbildung fertig gemacht habe oder gerade im Studium stecke, dann muss ich mich natürlich fragen, ist das die richtige Zeit, um mir einen Hund anzuschaffen? Natürlich habe ich während dem Studium immer wieder Zeit, mich mit meinem Hund zu beschäftigen, aber der Hund kommt als Welpe vielleicht. Und wenn der als Welpe kommt, dann studiere ich ja weiter. Dann studiere ich von mir aus vier Jahre lang oder sechs Jahre lang. Dann ist der Hund aber sechs Jahre. Und was kommt danach? Dann werde ich möglicherweise den Wohnort wechseln, den Arbeitsplatz werde ich auf jeden Fall wechseln. Dann werde ich möglicherweise mehr arbeiten. Dann kommt vielleicht noch die Familienplanung dazu und, und, und. Das heißt, irgendwann kann es eben sein, dass der Hund dann hinten runterfällt, weil man sagt, na, das wollte ich ja schon immer. Und das war ja eigentlich auch in meiner Lebensplanung. Wenn ich in dem Moment, in dem ich eigentlich gerne einen Hund hätte, aber für mich entscheide, ich gehe jede Woche irgendwo Party machen, von Freitag bis Sonntag, und am Montag habe ich die kleinsten Augen der Welt, dann ist es möglicherweise auch nicht die richtige Entscheidung, sich einen Hund anzuschaffen, weil dieser Hund nicht von Freitagabend, bis Sonntagnachmittag, bis man wieder halbwegs den Kater weg hat, warten kann. Sondern auch in diesen drei Tagen muss der Hund beschäftigt werden. Der muss raus, der muss gefüttert werden. Der hätte auch gerne seinen Menschen und Kontakt zu seinem Menschen. Und wenn ich da immer auf der Gas bin, dann wird es halt schwierig. Das heißt, auch da ist möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn ich gerne reise, auch nicht zwingend der richtige Zeitpunkt, wenn ich den Hund nicht mitnehmen kann. Und so gibt es ganz, ganz viele Punkte, die man eben für sich erstmal aus seinem eigenen Leben reflektieren muss und eben auch ehrlich zu sich sein muss. Wenn ich 70 Jahre alt bin, ist eben die Frage, brauche ich dann einen Welpen? Muss ich mir wirklich einen Welpen holen? Bin ich mit 80, wenn der Hund 10 ist und dann selber erst alt wird, bin ich dann überhaupt in der Lage, mit diesem Hund noch draußen unterwegs zu sein? Bin ich in fünf Jahren noch in der Lage, mit diesem Hund draußen zu arbeiten? Mit 75, da wird es nämlich schon schwierig. Muss es dann ein 70 Kilo Hund sein oder tut es vielleicht auch was Kleineres? Oder eben ein älterer Hund aus dem Tierschutz, der sehr gerne dann langsam und entspannt unterwegs ist. Da muss man eben für sich schauen, was passt zu mir. Genauso natürlich sind das Geschichten, wo ich dann, wenn ich sage, ich möchte mit meinem Hund dann später auch Hundesport oder jagdlich arbeiten zum Beispiel, dann muss es auch der richtige Hund sein. Ein Neufundländer im Agility wird möglicherweise seinen Spaß haben. Wenn ich aber jemand bin, der dort gerne mehr reisen möchte als eine Teilnehmerurkunde und immer ganz unten auf der Tabelle stehen, dann ist der Neufundländer natürlich nicht die richtige Wahl. Wenn ich gerne draußen bin, bei jedem Wetter, dreckig, nass, schlammig, dann mag vielleicht ein Retriever die richtige Wahl sein. Und so muss eben jeder für sich selber schauen, was ist für mich das Richtige. Wenn ich gerne Rad fahre oder gerne, was weiß ich, Dog-Scooter mache, dann ist vielleicht ein Hund, der für den Zughundesport geeignet ist, die richtige Wahl. Da muss aber eben jeder für sich selber entscheiden, wie sportlich bin ich, wie interessiert bin ich, wie lange bin ich wirklich bereit, das auch durchzuhalten, weil den Hund habe ich. Natürlich kann ich dann aufhören mit Agility, aber was mache ich dann mit meinem Hund? Und wie arbeite ich mit meinem Hund? Was kommt dann als nächstes? Oder werden es dann einfach nur noch die Runden, die stumpfen Runden, wo der Hund halt irgendwo hinrennen darf, wo es mich nicht mehr interessiert? Oder suche ich mir dann was anderes? Nur Dinge, die dem Halter und dem Hund Spaß zusammen machen, nur die werden lange gemacht. Alles andere, wo der Hund keinen Spaß dran hat oder eben der Mensch, schläft ein. Ich hätte keine Lust auf Karnikross. Warum? Weil ich einfach zu langsam bin und einfach nicht gerne durch die Gegend renne. Das heißt, ich hole mir keinen Hund, mit dem ich Karnikross mache, auch wenn das total toll auf irgendwelchen Videos aussieht. Ich wäre nach einem Kilometer platt. Da fängt mein Hund an und sagt, können wir jetzt mal statten. Ehrlich zu sich selber zu sein und sich selber zu reflektieren und zu sagen, ist es der richtige Zeitpunkt? Ist es die richtige Situation? Kann ich denn wirklich dem Hund das geben, was er braucht? Und wenn ich mir einen Hund hole, dann eben auch die regelmäßigen Zeiten, möglicherweise bei einem Hundetrainer, in der Hundeschule, dass man eben da sagt, da investiere ich nicht nur Geld, sondern eben auch ganz viel Zeit. Ein Hund erzieht sich ja nicht von selbst. Und wenn man da für sich selber dann wirklich sagen kann, ich habe die richtige Rasse gefunden, weil am Ende bleiben vielleicht fünf oder zehn Rassen übrig, die auf unsere Ansprüche und Interessen dann wirklich passen. Wenn man die dann gefunden hat, dann kann man meiner Ansicht nach im Aussehen gehen. Aber ansonsten ist immer das Aussehen sekundär. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Ihr könnt einfach hier überall irgendwo draufklicken. Ihr könnt kommentieren, teilen, liken, folgen, was auch immer. Mich gibt es auf Instagram und auf YouTube. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Teil von Schlaue Sachen. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.